Ein Feuer hat am frühen Montagmorgen die Cominius-Schule im Flensburger Norden erheblich beschädigt und für einen größeren Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Der Brand war im ersten Obergeschoss des Verwaltungsteils der Schule ausgebrochen und hatte sich rasch ausgeweitet, sodass bald das Flachdach des Gebäudes betroffen war, sagte Sven Hansen, Einsatzleiter der Feuerwehr. In der Cominius-Schule in Flensburg brannte um 4.30 Uhr das Rektorat. Bei Ankunft der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle brannte dieser Raum bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer ist in die Zwischendecke gelaufen. Schwierig ist es insofern, weil die Zwischendecke komplett von oben aufgenommen werden muss. Das heißt, die Einsatzkräfte sind damit beschäftigt, die gesamte Dachhaut von oben zu entfernen. Die Klassenräume sind durch den Rauch beeinträchtigt worden. In der gesamten Schule fällt heute der Unterricht aus. Zur Brandursache gibt es zur Stunde noch keine Angaben, jedoch deutet offenbar vieles auf einen Einbruch mit anschließender Brandstiftung hin, da an vielen Stellen des Gebäudes Fenster zerstört und auch geöffnet waren. Noch am Brandort nahm die Polizei erste Ermittlungen auf.